So, machen wir hier mal hinten ein bisschen größer, hinten noch einen Hinterraum rein und reißen dann hier irgendwie die Wand weg. So, und dann haben wir hier schon wieder viel schöneren, längeren Innenraum. Zack, zack und zack. So, noch die Terrasse ein bisschen aus, zack, 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 zack. Schlachten das Hühnchen. So, draußen regnet es gerade bei mir. Zack, 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 zack. Gut. Der nächste Schritt ist jetzt, sich hier in den Sand reinzugraben. Was nutzt man zum Graben? Moment, jetzt mal die Zubauen. Genau, eine Schaufel. Draußen regnet es gerade übelst heftig. So, graben wir hier mal den Sand weg. Zack, 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 zack. Schön weggraben alles. Weg damit. Das will keiner haben.